Hallo und herzlich willkommen an der Grundschule Kleine Einstein in Arnegg. Hier leben und arbeiten die Kleineinsteins und bewirtschaften erfolgreich ihren Schulgarten. Gemeinsam mit Shifter und seinem Freund Mr. Mole erkunden und erforschen die Schülerinnen und Schüler den Garten. Dabei gibt es Woche für Woche viel zu tun. Die Projektleiterinnen und Lehrerinnen unterstützen die Kinder die Gartenarbeit zu bewältigen und binden den Schulgarten in den Schulalltag mit ein. Auch der jährlich stattfindende Tag des Schulgartens ist eine feste Größe im Jahreskalender der Kleineinsteins. An diesem unter einem Motto stehenden Tag wird der Schulgarten für die Kinder, Eltern, Bekannte, Interessierte und Schulgartenfans geöffnet. Die Auszeichnung 2019 für unseren Tag des Schulgartens, der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e.V. war ein voller Erfolg und alle kleinen und großen Einsteins waren aus dem Häuschen. Sehen und lesen Sie selbst, was die Kinder zum Tag des Schulgartens sagen. Was wurde am Tag des Schulgartens gemacht? Wir sind durch den Barfußbad gelaufen. Wir haben Erdnüsse in Töpfchen gepflanzt. Wir haben Führungen durch den Schulgarten gemacht. Was wurde vom Preisgeld gekauft? Von dem Geld haben wir uns Schubkarren gekauft, mit denen wir andere Werkzeuge transportieren können. Von dem Geld haben wir uns Haaren gekauft, um Unkraut zu geben. Der Schulgarten ist ein Platz, wo man sich einfach mal entspannen kann. Ich finde es toll, dass es im Schulgarten viele Zuhause für Tiere gibt und Nistmaterialien für Fögel. Wir sagen nochmals vielen lieben Dank für die Auszeichnung und die damit verbundene finanzielle Unterstützung. Also wir haben uns die Zeit im Schulgarten des Schulgarten. Wir nehmen unsens die Zeit nach dem Versuch. Tun ist nicht nur die Studium. Wir orientieren viele Wünschung. Die Programe sind die Sätze zu bekommen.